Oh, yeah! Und damit herzlich willkommen zu einer gepflegten... Was haben wir heute eigentlich? Freitagabendunterhaltung. Ich hoffe, es ist alles nicht zu laut. Ton, Mucke, Sprache. Ich hoffe, man kann alles gut hören. Vielleicht könnte er mir mal helfen. Gut, also Mucke schön, Ton schön. Dann bin ich jetzt zufrieden. Hallo, Manu! Und dann legen wir einfach mal direkt los, wer zu spät kommt. Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. Gut, los geht's. Schauen wir mal. Ich habe das mal kurz ausgetestet, um mal zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Achso, ich wollte es ja löschen. So. Ich weiß nicht, was uns hier erwarten wird. Und irgendwie bin ich immer noch auf der Super Mario Maker Steuerung eingestellt. Und dann schauen wir mal mit dem guten Super Mario World Randomizer. Tja, haha. Und es ist immer noch das Dinosaurierland. Mhm. So. Larry's Kondo. Kuso-Tempel. Schon mal ein bisschen was anders, oder? Ich meine... Ja. Die Level heißen ein bisschen anders. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Dum 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 dum. Äh... Ja, eigentlich sollte ja hier ein... Mega einfacher... Hehehehe. Äh... Level sein. Juhuuu! Warten wir mal erstmal ein bisschen fliegen. Wir fliegen. Das ist doch schön. Hui! Hahaha. Ich weiß, es ist geschummelt. Aber ist egal. Es ist ja nicht geschütet. Man. Und wir haben es geschafft. Damit haben wir den ersten Level hinter uns. Und können uns glücklich schätzen. Ja, es ist jetzt bunt gewürfelt. Wir haben leichter Level. Wir haben schwere Level. Ähm... Mein lieber Dorsten, ich hab dich... Mein Stream hängt. Dorsten, kannst du das bestätigen? Sollte eigentlich nicht sein. Hallo Nonnen. Gut. Dann denke ich mal, ist doch alles okay. Ja, schauen wir mal. Hype Line. Okay. Super. Jetzt haben wir gleich jetzt mal einen Castle an der Back... Ach du Scheiße. Dorsten, vielen Dank für dein Hosting. So. Ja, ist natürlich jetzt ganz schön mies. Das heißt jetzt gleich mal so. Nonnen, vielen Dank für dein Follow. Ich fühle mich geirrt. So. Uah. Wie, wie's. Ah. Ja, ist auch der erste Testlauf mit meinem, ähm, Bot. Der ein bisschen Werbung für mich macht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und, ja. So. Äh. Ah, ja. Oh, nicht hier in diese Götterspeise fallen. Ich hoffe, es kommen auch mal ein paar leichte Level. Sowas gleich zum Anfang ist schon ganz schön. Ja. Tschüss. Aber ich denke, das kriegt man so langsam hin mit der Steuerung. Aha. So. Oh. Die Level an sich verändern sich ja nicht. Nur, dass sie eben, äh, willkürlich sind. Und farblich vielleicht ein bisschen anders. Ah, da, da, da. Ah. Na dann, willkommen. Wow. Halt da, das knapp. So, das war knapp. Ja, also ich streame hier auf 720p. Das sollte vollkommen ausreichen mit 30 FPS. 60 FPS. Kann natürlich sein, wenn jetzt eine Internetleitung nicht ganz so schnell ist. Äh. Ja, und auch einige andere Veränderungen gibt es, die ich eingestellt habe. Und ich bin gespannt, welche es sein werden. Ähm. Es ist im Prinzip ein komplett anderes Spiel zum Teil. Ich meine, wir können Glück haben, dass wir jetzt nur sauschwere Level haben. Ich meine, ich wollte jetzt nicht unbedingt gleich mit dem Castle anfangen. Ähm. Ja, Manu, vielleicht ist deine Internetvermittlung nicht ganz so schnell. Ludwig. Der alte Gauner. Ja, den... Die Bosse sind zum Teil schwerer. Wow. So, mein Freund. So ja nicht. Wow. So. Vielleicht auch schlechtes WLAN. Das kann es natürlich auch sein. Mal gucken, ob jetzt drei reichen. Ja. Super. Haben wir es geschafft. Hi, Tattooie. Herzlich willkommen in meinem Stream. Thank you. Und schon haben wir rein theoretisch in Gänsefüßchen die erste Welt geschafft. Aber... Dem ist ja nicht so. Und dann ging das ziemlich schnell. Eigentlich hätte ich jetzt hier eine... Ah, okay. Vielen Dank für dein Follow, Tattooie. Okay. Gibt es hier echt nur Schlösser? Mortens Castle 2? Ach du meine Güte. Okay. Machen wir erstmal eine Runde Festungen. Boah. Und das zum Einstand ist der Wahnsinn, ja? Ach du Scheibe. Wisst ihr, wie lange das her ist? Hahaha. So. Ach du grüne Neune. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Alles klar. Kann hier eh noch ein bisschen dauern. Hehehehe. So. Ich glaube aber, ich habe den Randomizer so eingestellt, dass nach jedem Level gespeichert wird. So, nun kann ich mir auch nochmal einen kleinen Save-State setzen. Meister des Save-States. Nein, Spaß. So. Alles kein Problem. Okay. Wenn das so weitergeht, geht Mario baden. Hehehe. Shitty. Boah. Gut. Dann machen wir jetzt. Machen wir jetzt so. Okay. So. Ist mir wurscht. Mein Stream. Mein Schummeln. Hehehehe. So. Gucken wir mal. Ba, 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 ba. Ähm. Mein lieber Tajoie, ich habe meine Community auf Twitch. Und demnach werde ich auch künftig nur auf Twitch streamen. Boah. Drecks-Kame-Gelumpe. Alter. So. Da, 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 da. Genau das ist der Grund, Tajoie. Und ähm. Tja. Ist so. So. Zumal auch mein Bot und die ganzen Sachen auf Twitch optimiert sind. Sowie auch dieser, ich kann's nicht ändern, Manu. Wenn's bei allen anderen vernünftig läuft, dann... Mach das. Boah. Der olle Stinker kam mit hier. Na, warte. So. So. Machen wir mal einen auf Nummer sicher hier. Schön, wenn der sich mal verpieseln könnte. Ach, hier brauche ich ihn. Alles klar. Hä? Reicht noch nicht? Hui. Scheiße. Hä? Das müsste reichen. Ah. Hohohohoho. Gut. So. Ah. Gut, da kommt ein neuer Comic. Sehr schön. Ja. Dankeschön. Hui. Zeit war knapp. Scheiße. So. Ist ja schön, dass die Zeit knapp wird. Freut mich riesig. Ja. Alter Cheater. Da hast du recht. Ja. Woohoo. Here we go. Vielen Dank für dein Hosting, No Name. So, Kamik. Mach mal hier ein bisschen Party hier. So. Dann sieht das doch schon ganz anders aus. Woohoo. Here we go. So. So. Fuck. Verdammt. So. Und weg hier. Alter, ich bin noch nicht am Ende von dem Fest, von der Festung und... Morten. So. Dich kriegen wir aber gebacken. Wow. Ein Dungeon jagt demnächst, ey. Wahnsinn. Haha. Das war das dritte Mal und das war das Aus für Morten Cooper Junior. Oh yeah. Oh yeah. Schön. Thank you. Ich hätte ganz gerne mal einen normalen Level. Ähm. Ich würde auch sagen, dass wir erstmal die... Also ich muss mal gucken, ob wir die Bogen jetzt überhaupt jetzt direkt machen müssen. Hm. Kommt mir alles ein bisschen komisch. So. Wird das jetzt normaler Level oder continue and save? Schauen wir mal. Nutty. Nutty. Ach, das ist jetzt schon... Das ist ja zum Stellenwert Level, alles klar? Nö. Ach komm. Machen müssen wir sie ja so oder so, oder? Oh man, mit Kugel Willis. Ähm. Ich hab immer noch nicht das Okay von allen, dass die fertig sind mit dem Produzieren. Lieber Dustin. Und, ähm. Wir werden dir aber noch Bescheid sagen. Ich glaub, also wir warten noch auf... Auf, ähm. Cedric oder Klusuke warten wir noch. Oder vielleicht sogar noch auf beide. So. Eieiei. Ach, du Blödes! So. Aber ich will trotzdem versuchen, so wenig wie möglich die Safe-Sets einzusetzen, weil... Ähm. Naja, das macht schon ein bisschen was kaputt, ne? Verdammt doch mal! Manu, das weißt du aber, oder? Ja. Also, Basti kommt von Sebastian. Im Moment heiße ich Mario. So. So. Checkpoint. So. Uah. Ich darf in meinem eigenen Stream... Hammer! Ich darf in meinem eigenen Stream, darf ich auch für meinen eigenen Kanal Werbung machen. Demnach, äh, ist das völlig legitim. So. So. Weg mit dem Koopa hier. Mit dem Koopa-Gestinker hier. Ah! Ah! Es ist ja noch... Momentan ist es ja noch alles schaffbar, würde ich sagen. Jawoll! Ich darf hier posten, was ich will. Ich darf hier posten, was ich will! Habe ich im Endeffekt jetzt nicht so gerne in meinem Chat, demnach. Ich überlegs mir. So, Vanilla Cave. Wenn es überhaupt ein Vanilla Cave ist. Wohl nicht. Ach, das ist wieder so ein Dungeon. Hier ist wirklich alles durcheinander. So, Leben gibt es hier. Hä? Moment. Passt das überhaupt hier rein? Das ist irgendwie komisch, oder? Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt hier Leben fahren kann. Schon irgendwie lustig. Okay. Ist das nicht irgendwie ein Abschnitt aus dem ersten Schloss? Tja. Es wird ja auch... Hä? Was war das jetzt? Das war jetzt so eine Mischung aus Level, aus anderer Burg und erster Burg. Tschüss! Merkwürdig. Ja, der Randomizer ist irgendwie schon ganz witzig, finde ich. Also, es wird auf jeden Fall, wenn ich mal auf mein Bot zu sprechen komme, es wird dann auch irgendwann mal so kleine Spielchen geben, aber momentan habe ich nicht die Zeit gehabt, das alles so einzurichten. Oh, deswegen macht er erstmal nur Werbung für mich. So. Ich danke dir, Tazui. Ist aber kein Problem. Müsst ihr nicht. Und ähm... Ist auch noch nicht alles so richtig eingerichtet. So. Continued safe Butterbridge Y. Naja. Ach, das Ding? Ach nö, das mag ich nicht. Das mag ich eigentlich nur mit Yoshi machen. Aber wir haben ja noch nicht mal eine gescheite Welt abgeschlossen. Hä? Okay. Ah... So. Und... Skill! Nix Skill! Nein, nein, nix Skill. So, aber irgendwie muss ich hier hochkommen. Hä? Wie geht das? Ah! Ohne Yoshi ist das Ding hier Mist. Hahaha. Hahaha. So. Wir schmusen später, liebe Katze. Hahaha. So. Hier geht's hoch. Sehr schön. Bam, 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 bam. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen auf das Spiel hier konzentrieren. So. Bam, 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 bam. Äh. 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 Ja, genau. Ähm. Mich zeigen. Rein theoretisch müsstest du wissen, wie ich aussehe, weil ich war lang genug bei Facebook mit meinem persönlichen Profilbild. So. Aber ich glaube, wir haben's. So. Weg hier! Attacke! So. Mein lieber Tazui, der ähm, ähm, Kegi ist ein ähm, Level vom guten Dorschen. So. Gerade hierhin, wo ich kriege, der gute ... Drake kommt gegen 22 Uhr dazu. ich glaube ich will auch keiner sehen